Ich werde hupen, dann fahren die nämlich alle weg. Oh shit. Du bist doch jetzt gerade irgendwo dagegen gefahren, oder? Äh, ja. Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Chris Play. Mahlzeit! Ja. Und weiter geht's hier um Heist mit dem Fleka-Überfall, Fliesa-Überfall, keine Ahnung wie man das ausspricht. Wir sind jetzt im zweiten Teil angelangt und ja, hast du alles eingestellt? Ja, bei mir ist, kannst du auf jeden Fall, ja, starte einfach. Okay, wir starten einfach. Dum dum dum. So, jetzt kommen wir zum großen, zu heißen Phase. Überleg gerade, ob es nicht sinnvoller wäre. Wir müssen das ja jetzt überfallen. Wir müssen ja nicht irgendwie Autofahren oder so, oder? Doch. Doch, bis hin bestimmt. Kindergartenspiel steht rechts. Aha, Kommentare. Toll. Oh, da ist er wieder. Du bist, äh, du bist zum ersten Mal. first times, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know? It'll be, uh, it'll be vaguely awkward and, uh, disappointing, you know? You probably stick the wrong thing and the wrong part and you finish too early and you'll be able to make Icon what are you talking about? But, uh, but new worlds will open up. Some things will have changed, you know? Neues Möglichkeiten, neue Risiken. Und das ist dann, wenn Sie sich daran erinnern, dass mein mein Herr Lester hier ist für Sie. Bezüge deine Hand. Geist dich durch. Und dann fühlst du ein bisschen verrückt. Aber Sie werden es repräsentiert. Lass es es. Und wir werden nie darüber sprechen, okay? Okay? Okay. Die erste Mal. Lisa! Es ist ein zwei Mann-Score, nicht wahr? One of you drives, keep heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. And once you're clean, once you got no heat on you, come see me, get me the box, and you get paid. Okay. Okay. You know, like I said, it is your first time so um, don't expect too much. There are um, wild, Armer Irre auf jeden Fall. Oh mein. Was? Bei mir kommt die Einführung, wahrscheinlich weil du es schon gesehen hast, diese Tafel zeigt dir die Gesamtbeute des Raubüberfalls und wird viele, jeder, naja, wie viel halt jeder bekommt. Kann man es nicht überspringen? Mach mal weiter. Diese Tabelle zeigt dir den Raubüberfall. Manfiguration wird vom Anführer des Raubüberfalls festgelegt. Weiter. Kann man auch nicht vorspringen oder so, schlimm. Hier kannst du dir die Werte des ausgewählten Spielers ansehen. Okay, wo sieht man denn seine Werte? Achso, wie viel man geskillt hat im Spiel, denke ich mal, wa? Mhm. Okay, das dürfte mit mir etwas low sein. Hier kannst du die Aufgaben des ausgewählten Spielers ansehen. Sie entscheiden sobald bla bla bla, jaja. Was meinst du überhaupt für Werte? Jetzt habe ich gerade abgeschaltet. Wie gut du bist mit Rennen, Fahren, Auto. Achso, ja, die Werte, die findest du in deinem Profil. Okay. Auf der Karte kannst du grobe Positionen jeder an Aufgaben sehen. Okay. Ja. Hast du fertig? Fliegen habe ich ja voll low. Aber Ausdauer habe ich. Gute. Ja, ich bin fertig. Bereit. Zack. Begib dich zu Lestas Fabrik. Steige in den Kuruma. Ah. Okay, wir müssen jetzt mal, warte mal, ich hab... Wie kann ich denn... Zerstöre die Kameras habe ich. Warte mal, gib dich zu Lestas Fabrik. Steige in den Kurum. Ja, genau. Ähm... Mehr wird er jetzt gar nicht, ne? Betrete die Bank, zerstöre die Kameras, halte die Zeugen unter Kontrolle. Okay. Okay. Alles klar, auf jeden Kopf Zielen läuft. Mach mal. Bereit. Bereit. Oh, jetzt bist du wieder Outfits. Oh, jetzt bin ich nicht sexy. Ich will auch wieder so eine tolle... Ein Schwein. Ey, jetzt ist sie weg. Ach, braunes Schwein. Mhm. Ach, das ist nur der Anzug. Tun wir jetzt die Maske aus. Nehmen wir den für den Anzug. Locker Lässing. Ja, den. Nein, oder? Ne. Toll. Berater Outfit. Oh doch, obwohl das passt dazu. Die nehme ich. Princess Robot Bubblegum. Okay. Heute bin ich mal die... Meine Mama hat gesagt, heute bin ich die Prinzessin. Bereit. Und? So, bereit zum Spielen. So. Los geht's. So die Kameras zerstören. Wir. Mögliche Anteile nennen 60.000. Okay. Ist ja jetzt nicht unbedingt viel beim ersten Part. Das waren doch nur so wenig. Ich dachte, das waren sogar eine halbe Million, die man gekriegt hat. Aber, na gut. Der Kunde legte ich gleich mal hin. Boah. Wieder das Motorrad. Egal. Boah. Er leckt halt wieder weg. Boah. 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 Okay. So. Na, hoffentlich passiert das nachher nicht bei der Flucht, weißt du. Das ist dann... Beschissen. Meinst du? Na gut, du fährst ja, wenn du fährst, ist ja wurscht Na Ich fahre, du sitzt Das wird auf jeden Fall noch lustig Die Fahrt wird auf jeden Fall noch lustig Du musst bestimmt dann aus dem Fenster schießen, denke ich Oder? Ach, fährst du, okay Weiß ich nicht, ich kann auch schießen Du ist egal Achso, wenn es die ganze Zeit bei mir leckt Dann ist es schlecht mit Schießen Stimmt Dann fahr lieber So, da hinten haben wir die Werkstatt Beziehungsweise Fabrik Genau, da holen wir jetzt unser Auto Und dann sieht es los Schau mal Bin echt gespannt Bin mit den Kameras noch ein bisschen unsicher Was ich da machen soll, aber das werde ich dann schon sehen Achso, jetzt musst du dann dieses Hackprogramm machen Steige in den Kuma Ja, ich möchte jetzt gerne erstmal Achso, ich bin schon da jetzt, okay Ja, fahr du So Alter Wie er rumslidet Ich kann nicht fahren Versuch mal hinzusteigen drüben Hä? Jetzt bist du doch Jetzt fährst du doch Hä? Okay Wahrscheinlich, weil ich das Hackling-Programm geübt habe Wahrscheinlich Ich muss mir das so machen Ah Kein Ding Alter Aber ist auch Ich sag dir, wir das Hackling-Programm Jetzt Okay, übergegenfahren Ja Nur am besten Ich werde hufen, dann fahr' die nämlich alle weg Oh shit Hast du doch jetzt gerade irgendwo dagegen gefahren, oder? Äh, ja Ja, das hat, das hat sich, der hat doch keine Auswirkungen Okay, dann kannst du doch überall dagegen fahren Aber das ist auch der ganz Lassen, hat er gesagt So, erste Schaltung komplett High-Speed hier in High-Ray lang Wow Alles im Griff Na ja, Schriftling-Punkte Hast du mal verkackt? Wo macht er eigentlich Handbremse? Schon etwas schwerer Als das erste Das muss man schon mal sagen Oh nein, wieder verkackt Ich muss mich raten, du bist gleich da Ja Ich bin doch beim zweiten Hacken Verdammt War ich etwas langsamer? Ich versuche mal abzukürzen Hat sogar funktioniert So, zweite beendet Jetzt kommt das dritte noch 800 Meter Reisig Ach, ich fand mal Die starte drüben So ein Scheiß Lass den Ausbruch ein bisschen schießen Kneckert hier rum Bin noch am Bin noch gleich Bin gleich fertig So Wir sind da Warte, bis der Hack abgeschlossen ist Ach, wieder gegen die Wand geraten Ey, was Ich parke hier einfach mal Ah, ich stehe noch nicht gerade Ach nein, ich bin wieder dagegen gerammt Ach, das gibt es doch gar nicht Was ist denn los, Helder? Glück vor noch Wir sind ja nicht auf dem Frauenpark Hm, Chris Play wird auch Chrissy Play genannt Was? Was? Och man Das gibt es doch nicht Jetzt verkacke ich hier voll Was geht denn hier ab? Kein Druck, kein Druck Ja, ich denke bloß gerade an dich Und deine Tollen Park Äh, Situation Und deine tollen Park Ja, ich stehe schon total gerade Genau ausgemessen In der Parklücke Ach, wieder Ey Alter Was ist denn hier los? Willst du mal? Geht ja nicht Also jetzt muss ich das schaffen Ich glaube die ganze Zeit Die wir uns vor uns rausgearbeitet haben Vor Gabax und Helm Die haben wir jetzt Na Wieder total versaut Zack, zack, zack Zack Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft So Boah Boah So oft verkacken Kann man es doch eigentlich gar nicht So Und jetzt warte Bis der Hecht abgeschlossen ist Ist er doch, oder? Ja Ich bin gerade Ich sehe gerade ein Läster lachen So Ach Endlich Ich bringe den Bohrer zur Kannst du da hinlaufen? Ne Du musst hinfahren Ich müsste bitte vor der Haustür rausgelassen werden Naja Wir müssen schon beide rein Also Okay Time to open the vault Take out your phone and trigger the door Was? Äh Handy öffnen Und was? Da unten VLSI Und Aktivieren Zack Der alte Hacker Läster, der hat es knackt Ich habe gehört, ja So Okay, rein mit uns Möchtest du's Geld holen? Ich nicht sexy Möchtest du's Geld holen? Oder möchtest du Ähm Was? Oh, mach du's Geld holen? Ich tu die Geiseln Ne, dass die sind zugeordnet, die Jobs, du musst zur Bank gehen, wenn man auf seinem Charakter war Okay, now find the safety deposit box Echt jetzt? Ja Die Kameras zu stürmen Man Triff Begib dich zum Schießwagen Schade, jetzt muss ich ja wieder den Mist machen Oh Okay So Das war jetzt Ja, mit den Zeugen unter Kontrolle Das war jetzt Das war jetzt Weil die sind eingeschüchtert bei meiner tollen Maske Mhm Die Kameras Achso, ja Was, 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 was? Ja Du musst du auch schön ruhig bleiben Ich hab ich dir die ganzen schönen, coolen Szenen, hab ich jetzt hier Okay, okay Okay, brauch die immer nur Sorry, bisschen ergältet Brauch die immer nur anziehen Wie sieht's bei dir hinten aus? Noch zwei Äh, Stifte Okay Oh, ist der Bohrer heiß gelaufen? Hm Alter Wie die rumheue ich ja Zweiter Der letzte Stift Der letzte Stift ist wahrscheinlich aus Titan Aus Titan So, das Schließfach ist auf Eine Tortur So Run, boy, run Oh, einer Dün, dün, dün Weiß ich ja, was ich machen muss Ja, und ich brauch einfach bloß zu gucken, weil Hab jetzt auch genug gemacht mit dem Scheiß Bohrer Guck'n wir mal Abholstelle, ah, okay Den krieg ich Ja Diese Gewalt verherrlichende Spiele auch immer Das ist deinem Munde Schnell Schnell Was tust du da? Geht, ist einer hinter uns? Hm Warte mal, da könnte ich ja vielleicht mal V Waffen rum Hier rumballert Ha, getroffen Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn getroffen Das ist einfach unten drunter, ja 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 Ja, du musst schon fahren, das muss alles für ein Fahren passieren Ja Ja Und los geht's Wir haben's geschafft Pom, 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 pom Boah, wie er weggeflogen wird Für Diebo Kröten Na, für jeden Fall der Aufwand Mehr Ausgaben als Einnahmen, aber egal, hauptsache wir haben Überfall gemacht Richtig Oh, ich hab einen Fehler Das gibt's doch jetzt gar nicht Ich muss das Spiel nicht Initialisierung fehlgeschlagen Ja Bitte rebooten's und starten sie das Spiel neu Was zum Geier ist das denn? Ja Es ist die Weihnachtszeit in der Krest-Residence Nein Also bei mir haben wir bestanden, da quatscht dir was Pfff Es ist die Weihnachtszeit in der Krest-Residence